Spast! Okay... Möchte ich dort hinein. Ja. Ein Herzchen, welches ich nicht brauche. So. Okay, boss. Ein Shell. Gut. Oh nein, boss. Guten Tag. So. 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 Ah, sehr schön. Ist das Vieh kaputt gegangen. Zwei. Zwei. Ah, noch öfters. Zwei. 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 Vier. Fünf. Okay. Ah, Gott. Naja, wenigstens einnehmen. Weiter geht's. Welt 4.1. Ach, Eiswelt. Genau, das hatten wir ja schon mal. Ups. WTF? 100 Pro ist hier. Oh, scheiß Trank. Okay, das ist schon mal gut. Nur noch irgendwas Feines. Ach, da unten ist dieses... Diese Rakete. Rakete. Achja, hier war ja noch was. Okay. Boss. Und jetzt eigentlich schon. Ich bin doch erst 4.1. Oder das ist an jedem... Ups. Ende. Komm. Ich wusste noch ganz genau, dass dieses Ding da runter gefahren kommt. Sehr schön. Ja, und ich habe eben gerade gefragt, ob sie jetzt schon wieder kommt. Und ich spiele das Spiel ja jetzt nicht schon zum ersten, fünften, sechsten Mal. Ich trinke jetzt gerade erst mal. Meine Augen werden auch total kirre, wenn ich da so lange drauf gucke. Ah. So. Ich versuche jetzt nochmal. Hm. Das hat sich doch umgedreht. Ah. Naja. Okay. 4.2. Immer noch Eis. War ich hier schon mal? Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich hier mal hochklettern musste. What the fuck? Das ist fast schon wie bei Mega Man, ey. Heft- Das ist fast schon so. Der ist einfach nicht so. Kann ich hier losmachen. Also eher mehr ein Stage. Meinte ich damit. Ach. Die Wals. genau. Nehme ich mit. Letztens haben mich diese Dinger getötet, deswegen will ich da eigentlich gar nicht hoch. Ich muss da aber hoch. Okay, der Strahl tötet. Nein! Der Strahl tötet mich. Oben die Fläche drauf aber nicht. Rutsch-Scheiße! Mach auf! Ach, hier war ja nix genau. Hier will ich nicht. Mach dein scheiß Strahl da weg. Das ist so fucking unfair, ne? Piss dich doch mal! Mach auf! 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 So ein Drecksspiel, ne? Ich will auch unbedingt wissen, was in dieser Drecksvase drin ist. Was ist hier drin? Ich komm da nicht rein! Warum nicht? Okay, mal wieder. Nun gut. Warum denn nicht? Natürlich! Kann der wenigstens respawnen, bitte? Jetzt fährt's alleine weg. Dann nehm ich dich. Ich will die Kirschen auch alle gar nicht haben. Oh, ein Igel. Ich will die Kirschen. Ich will die Kirschen.